Ah! Und wir schauen heute da rein auf Folge Nummer 3. Abonnieren, liken, kommentieren und wir schauen uns das jetzt an. Let's go! Mann! Scheiße! Hallihallo! Fitch Deutschland! Yay! Das hört sich ein bisschen an wie von der Maske. Kennt ihr den Film noch, die Maske? So hört sich das an. Warum kriegt der aufs Maul? Das ist ein geiler Alert, ne? Wenn es noch nicht geclaimed wird. Ich liebe Kacke! Ich liebe Kacke, ja, okay. Take hold! Oh, nein. Ah! Scheiße! Oh, die hat's doch geschafft! Kleine Panik! Okay, hat sie ein paar Hints geholt? Okay, ein paar Hits. Yes! Come on! Check your ass for me! Let's go! Ich komme jetzt rein, kleiner Elefant. Lass dich nicht verunsichern. Ich komme. Ich mache nur das Licht an. Irgendwas kratzt da. Ah! Holy shit! Oh mein Gott! Alter Schwede! Ah! Ah! Ich habe mir noch so gedacht, da ist jetzt ein Jumpscare. Und ich glaube, da ist jetzt jeder. Uiuiui! Ja, die hat einen langen Hals. Auf dich! Definitiv! Ich war kurz hypnotisiert, sorry. Fistly. F-Fierstly? Ist das von Fisten? Oder Fierst. Wie? First. F-First. Ist das ein U? F-First. First Lady. Oh Gott. Oh Gott. Ich habe nichts gesagt, Freunde. Ich habe nichts gesagt. BAM! Ha Ha Ha! Können wir... Können wir noch mal rüber gehen? Ich will das nochmal. Ok. Ok. Einmal noch. Ok. Einmal noch. Einmal noch. Was ist das? Okay. Was wollt ihr hier von mir? Bin ich jetzt hier einges... Oh Gott! Oh mein Gott! Komm her, Baby. Ich koch dir ne geile Bolognese. Was? Haben wir nicht vor ne Stunde die letzten drei Sachen angefangen? Was? Schrei mich nicht auf einmal an. Hallo! Was sagt ihr zu meinem richtig coolen schniegten Raumanzug? Guck mal, den hab ich extra von grün auf lila gefärbt. Was sagt ihr zu den Patches? Die hab ich extra noch angenäht. Sind die nicht richtig gut? Moment. Moment, Chat. Ich glaube... Leute, ich glaube, sie hat die Dinge angenäht, hat es dann gewaschen und die haben abgefärbt. Kann es sein? Kann es sein? Kann es sein? Hallo! Wo sind die Likes? Wo ist mein Applaus? Hallo! Wäre möglich, oder? Soll ich den Reißverschluss noch ein bisschen... Wäre möglich, oder? Soll ich den Reißverschluss noch ein bisschen... Wie lange hatte ich die Mutes aus? Das kann ja nicht sein. Die was? Wir haben ja wieder übermäßigen Boobs-Content, stelle ich gerade fest. Äh... Weil alles, was ich immer wollte, war viel machen. Ja, aber... Meine Damen und Herren, Staubsaugenverkäuferin 2023, da im Voice, ihr habt's gehört, kann man super viel mitmachen. Super, super viel mitmachen. Super, super viel mitmachen. Aber damit kannst du super viel mitmachen. Und jetzt, und jetzt, pass auf Freunde, aufpassen, 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 Obacht. Ich zeig euch jetzt mal was. Super viel damit machen. Also, super, super, super viel. Also, du kannst super viel damit machen. Kann man damit eigentlich schon super viel machen, ne? Ja, aber du kannst auch super viel damit machen. Okay, du hast mich überzeugt. Weil alles, was ich immer wollte, war viel machen. Ja, aber damit kannst du super viel machen. Äh, noch besser auch. Noch besser. Ja. Ja. Ja, hast mich überzeugt. Egal wie teuer. Es sieht aus, wie, als wenn man... Habt das verstanden, Chat, ja? Habt das verstanden, Chat? Drei. Man kann super viel mitmachen. Super viel. Super viel. Super viel. Super viel. So. Es sieht aus, wie, als wenn man ne dreijährige in den Schneeanzug für achtjährige reingestoppt hätte. Ich das Mikro mal wegschiebe. Und das auch. Wuhu. Wuhu. Knie mal ein bisschen rein. Dann sieht's aus, als wenn ein Aufsteller wär's. Hat's ja nicht gemacht. Schade. Schade. Mein Lieblingstier ist die Bratwurst. Ist die Bratwurst. Ist die Bratwurst. Ist die Bratwurst. Mein Lieblingstier ist die Bratwurst. Ist die Bratwurst. Ist die Bratwurst. So schön grün. Herrlich. Herrlich. Nein! Nein! Du Verräter! Ah! 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 Er musste silent sein. Hat es nicht geschafft. Tut mir leid. Tja. Das ist der Feuerlöcher. Der Bratwurst Song. Perfekt für euch. Ja. Ist Challenge accepted. Ich fordere auf, diese Challenge weiterzutragen an Caro. Ne. Also Simpact und der Strese. Ihr sollt euch bitte den Clip reinziehen. Auf diesen Song. Mit dieser Wurst. Reagieren. Und alle drei. Wir schicken es zu Twitch Deutschland. Und das ist die Challenge für diese Woche. Also liebe Freunde. Gib Gas. Macht mit. Es wird abenteuerlich. Oh Gott. Der Harme. Was ist denn? Wie? Was denn? Oh wie gemein. Oh. Nochmal. Das ist eine Query. Hört ihr sich das nur ein? Oh. Oh. Ich habe keinen gelassen Schimmer von Pflanzen. Also nicht so wie Nini zumindest. Und dann kommt plötzlich so eine Karen. So eine fucking Ar- Ich weiß. Ich weiß. Ich habe Jess jetzt lange nicht gesehen. Hat Jess sich die Lippen machen lassen? Arbeiter. Hat Jess sich die Lippen machen lassen? Weiß das einer von euch? Chat? Die hat doch noch nie so volle Lippen gehabt. Die hat sich die doch machen lassen oder? Karen, die halt dort arbeitet. Komm, geh zu mir. Dann hat sie gesagt. Äh. Ich habe gefragt ob Jess sich die Lippen hat aufspritzen müssen. Sehen aus wie vorher. Die Lippen. Echt? Okay. Keine Ahnung. Das war halt nicht so extra zu bereich. Entschuldigung. Ich wollte etwas anderes suchen. Alter. Ich und mein Muschpult. Du und dein Muschpult. Du und dein Muschpult. Was ist mit dem Bubz? Ich und mein Muschpult. Sag mal. Was ist mit dem Bubz? Wer meinte wie geschrieben was? Mir bitte eine Taverne wo ich eine Nutte zum Snoo Snoo finde. Einfach so. Dann geh ich sofort hin. Snoo Snoo ist immer gut. Wenn wir anfangen fangen wir an. Und wenn nicht fangen wir später an. Die Weisheiten eines Streamers. Ich sage es euch immer wieder. Ist die Kamera an. Geht der Stream live. Geht das Gehirn aus. Es ist immer das gleiche. Immer. Ein ewiger Katastar. Ein eeeehwiger Katastar. Jaaaah. Dem Typen fehlt glaub ich der Speer. Kann er sein? Du hast dich umgebracht. Hast du ein Typ? Wann wollen wir? Ja, hier einmal zur Kasse, bitte. Muschiboll. Du, mein Muschiboll. Bei mir ist es ohne Kamera auch nicht besser. Also ich finde... Oh, Nini. Das ist nicht ganz so gruselig. Nini. Grüße gehen raus. Bei mir auch. Welcher klingelt Hirn aus. Ja, ja, ja. Auch ohne Kamera nicht besser. Ist es, ich glaub dir das nicht. Ich glaub dir das nicht. Also Caro ist bestimmt hochqualifiziert in sämtlichen Bereichen. Und dann wacht sie einfach nur auf. Im Schlaf. Das glaub ich. Uh. Patty hast du da... Oh, Patty hat einfach 20 Skips. Den hab ich. Das bin ich gewesen. Oh. Hey, wow. Wenn ich groß bin, will ich Pilot werden. Oh, ja. Wow. Wo ist das Freudenhaus, Shit? Ich will in das Bordell. Ich will heute noch in das Bordell. Kann mir irgendjemand sagen, wo wir heute ins Bordell gehen? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ach so. Außerhalb ist sie Professorin für Astrophysik. Das kann sein. Weil mit Raketen kennt sie sich ja aus. Ach, ich brauch den Sound. Ich will den Sound auch haben. Den 69, spiel die Sound. Ich will Heil haben. Äh, äh, Moment. Ist das Toro? Was? Steckt Toro in den Anzug und rasiert und wascht ihn er und er sieht aus wie ein Mensch? Was? WTF? Was? Der sieht ja mal manierlich aus. Wo wir heute ins Bordell gehen. Holy Shit. Das hab ich jetzt gar nicht erkannt. Ich dachte, wer ist das eben? Wer ist das neben Genian? Welcher Kick ist das? Das ist Toro. Alter Schwede, der sieht ja mal aus. Der ist ja mal hübsch. Für seine Verhältnisse. Nein. Aber so. Er sieht mal gut aus. Ja, ich will Heil haben. Hä? Ich will Heil haben. Heiraten. Heil. Ich will Heil haben. Heiraten. Wie war jetzt der Text? Die mag ich. Wie war jetzt der Text? Baller 10, 10 Subs? Oder 10 Bits? Oder was hat die jetzt gesagt? Ist das, ist das Baten, was sie macht? Bits und Subs für Beach, für Beachflex? Beachfox Party. Ah, okay. Das ist Baten, liebe Freunde. Okay, ich mag sie doch nicht. Tante Blutwurst. Ja, Schmackowatz, ne? Okay. 1000 Subs. Wie kann... Ah, ah. Warum, Sandy? Warum? Warum, Sandy? Und wie? Und wie? Get off! 2000 Subs. Wie get off! Sie hat doch einfach nur gegen die Flanke vom Stuhl gehauen. Was soll das denn? Da tut man sich doch nicht weh. Da tut man sich doch nicht weh. Oder weil ihr das rausgeglitten ist. Was hat sie bekommen? 1000 Subs? Was? WTF? Was? Bitte was? Was hat die bekommen? Nochmal bitte. Nicht wann, sondern es ist das nächste Mal bei Sandy Jackson. Auch nicht schlecht. Oh je. Oh, ich bin jetzt wieder zu weit. Sorry. 1000 Subs! Wie kann... Hat sie 1000 Subs bekommen? Steht das hier irgendwo? Man sieht es leider nicht, ne? Doko Doko! Ein wunderschönen! Nevermind! Aber Strafe muss sein. Nein, Quatsch. Gottes Willen, ich will ihn ja nicht. Hat sich weh getan. Okay. Ich mag Pürps, Pürps sind toll. Das ist das Hühnchen, wenn ich vorstelle darf. Das da oben ist Hähnchen. Das ist das Hähnchen. Okay, dann gehen wir jetzt zum Haus und werden uns jetzt mal so ein bisschen regenerieren mit im, also... Genau. So. See what I mean about not being able to dance with me? Ähm, bei 50, noch 50 Subs bis zum Sub-Goal, dann werde ich eine neue Strumpfhose anziehen. Neue Socken anziehen. Genau so, Marc. Genau so. Genau so gucken wir. Genau so. Inno, mini, battery, ich kann nicht schlafen. Ja, so geht's mir auch. Müüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Du bist hier eine Gesichts-Blamage für die Welt, wirklich zu kackt. Was? Eine Gesichts-Blamage? Ich habe bis jetzt keinen Update bekommen, nachdem ich den Dude damals, Onlyfans, vom Umzug eine geschallert hat. Nachdem ich den Dude damals in Onlyfans... Offenbach, achso. Nachdem ich den Dude damals in Offenbach... Ich gehe kurz ins Badezimmer, meine Hände waschen, diese Make-up-Sachen und so los, wir werden gleich wieder da. Macht derweil bitte keinen Schabernack? Oder macht ihn? Hat das jetzt geklappt mit der Schminkerei? Ich glaube, die hat ein bisschen zu viel Blau benutzt, oder? Aber macht ihn auch noch, wenn ich da bin. So, gleich wieder da. Perfekt! Ich habe Hunger. Hast du ein Boot a Brot? Odo ein Not-Eleaborate? Odo ein Leere Brot? Odo ein Prall-Ebrot? Odo ein Beteilnis? Odo ein Levin Brot? Odo ein Moritz Brot? Odo ein North-Ost Brot? Odo ein Brot-Brot? Odo ein Brot-Brot? Bote ein Brot-Brot? Eko, spiele meine Lieblingslieder. Deine Lieblingssongs von Spotify. Helene Fischer. Oh. So, schreibt es mal in den Kommentaren, welcher Künstler das sein kann. Ich weiß es natürlich. Wisst ihr, es Chat? Schweizer Madel auf die Alm aufgeht. Leber Wurst. Blut Wurst. Einfach gemütlich am Essen. Ich finde das immer wieder, ich finde das übrigens, Freunde, ich finde das übrigens wieder sehr, 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 sehr cool, was für Setups große Streamer einfach haben. Einfach nur eine Wand mit einer Tür, eine kleine Ecke. Das sieht aus wie dieser kleine Rumpelkammer wie bei Franny. Es ist grandios. Es ist einfach grandios. Mehr braucht man eigentlich gar nichts. Nur eine Kamera, Mikro und ein Computer. Mehr braucht man nicht. Man braucht nicht mehr. Man braucht hier den ganzen Klim-Bim-Bums da hier alles gar nicht. Das sieht zwar schön aus, aber das ist wie, wie, weiß ich nicht, wie dicke Titten. Kannst dir nichts mitmachen. Nichts. Kannst dir nichts mitmachen. Das ist für dein eigenes Wohlbefühl. Ja, das stimmt auch wieder. Don't can't believe it to the spec station because it's from DHL. Oder irgendwie sowas habe ich da gesagt. Und dann so, and I would ask you, have you my package? Also so ganz komisch. Und dann habe ich noch meinen Namen gesagt und sowas und mir das leidtut. Und I hope I don't störe you oder irgendwie so. Störe you? Also, keine Ahnung, ich habe das beste Englisch ausgepackt, was ich überhaupt kriegen konnte. Und deswegen war ich so froh, dass ich vor zwei Wochen noch Tribute auf Pan auf Englisch geguckt habe. Auch wenn mir das nicht so viel bringt mit Fight und sowas. Aber für sich sei ja für einen Notfall. Für sich sei ja für einen Notfall. Habe ich das nochmal gelernt, du. Aber das kann ja gar nicht so schlecht sein mit dem Vier-Phasen-Muffer. Da habe ich mal reingepustet und dann sage ich dir, da habe ich ja mal Muffensausen gekriegt. Alles super. Oh, ja. Hätte gedacht, dass Sachen in den Po schieben so anstrengend sein kann. Ja, nee, wie kann man so sein? Gott, dann ist ja wie beim Strese hier. Wohin noch schmeckt das? Das schmeckt irgendwie komisch. Ich weiß nicht, woran. Warte. Mama ist stolz. Schmeckt irgendwie komisch. Ich weiß nicht, das schmeckt so ein bisschen wie so ein Lolli. Schrese pupsst dich ja, aber er braucht... Aber irgendwie wie so einer, den man nicht essen sollte. Oh mein Gott. Aber ich bin noch nicht gest... Okay, dass es wird. Egal, was ihr macht, ne? Egal, was ihr macht. Liebe Frauen auf Twitch. Liebe Frauen auf Twitch. Tut mir bitte einen Gefallen. Tut mir bitte einen Gefallen. Und nuckelt bitte nicht an so eine Stange rum. Das ist für manche ist das vielleicht lustig, aber andere nehmen das ganz weird wahr. Und wieder andere freuen sich da aus irgendwelchen anderen Gründen. Also tut mir den Gefallen und lasst es einfach. Mach keine Zuckerstangen, isst keine Bananen im Thief. Mach die Kleinen, nehmt ne Gabel, isst das so und gut ist. Aber gibt keinen anderen ne Plattform dafür. Also nur so ein Statement von mir, ne? Meine persönliche Meinung. So eine Wurst mit rumwählen, okay. Aber nichts irgendwie innerhalb eines Gesichtes damit rumspielen oder sonst irgendwas. Ansonsten finde ich das lustig, aber das ist... Ein bisschen, naja. Oh mein Gott. Aber ich bin noch nicht gestorben. Ich bin nicht gestorben. Oh mein Gott. Okay, jetzt nicht verkacken. Verkacken? Und rein. Ah! Was? Oh, Freunde, God of War. Müssen wir alle weiter machen. Wie heißt der Clip Mix? Von was? Was wir uns jetzt hier angucken? Twitch Clips in Deutschland? Ist das jetzt? Was wir uns hier gerade rein pfeifen? Einzige Frage, die ich mir stelle. Was hat Fennit eingeworfen? Zu wenig. Ah, okay. Zu wenig. Und er... Oha! Und würd's euch stören, wenn ich euch sagen würde, dass eure Achsel nach Zwiebeln riechen? Ah! Oh mein Lieb! Nein! Das wird was. Okay. Oh mein Gott, ich will euch nicht enthäuschen. Ich hab grad vor Angst zu verkacken. Okay. Selbst wenn ich verkacke, ist nicht schlimm. Was macht die Katze? Sachen. Okay. Passt auf, wir machen das jetzt. Wir machen... Ah! Okay. Spiel doch! Ja, deswegen trinke ich jetzt noch mal einen Schluck. Prost. Die Möbel tun mir so leid bei ihren Katzen, ne? Ganz ehrlich. Kann ich die Qualle jetzt schon rufen? Ne, kann ich nicht. Die kann ich erst drinnen rufen, ne? Oh mein Gott. Ah! Okay, scheiße, jetzt juckt meine Schulter. Und jetzt Instant Co. Tot. Instant Tot. One Hit. Und tschüss. Nein! 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 Meine Damen und Herren, das ist... Der Fall-Simulator. Elden Ring. Zehn! Okay, ich muss, äh, ich muss... Ich muss das reduzieren, Leute. Das sind fünf Kilo Handeln. Wisst ihr, wie schwer die sind? Ja, fünf Kilo. Yay! Wo hat sie das Kind hingesteckt? Was? Wo hat sie das Kind hingesteckt? Noch eins in roten Hand! Yay! Okay. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ähm, ähm, ähm. Ja, gut. Ähm. What the fuck ist falsch mit Sims? Danke für das Kompliment da, da war ich die Blume. Ähm, aber... Ja, ja, eben, ja. Also... Ja. Ah! Ein Abschluss, Uwo. Oh, nice. Ähm. Äh. Oha! Guckt mal hier, was für eine Live-Transition. Nice. Ja, meine Freunde, das war Twitch Deutschland. Wenn euch das gefallen hat, like das Video, kommentiert, abonniert und nicht nur bei mir, sondern auch bei Twitch Deutschland. Für das Original Video findet ihr in der Videobeschreibung. Also bis dann, bis zum nächsten Video, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Bis dann, 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 bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.